Der Frame bildet das Herzstück von Ethernet. Es gibt verschiedene Ethernet-Frame-Typen. Im Beispiel sehen wir einen Ethernet-Frame der Version 2. Der Frame startet mit einer Präambel und dem Startzeichen. Der adressierbare Teil des Frames beginnt mit der Empfängeradresse, gefolgt von der Absenderadresse. Jedes dieser Felder besteht aus genau 6 Bytes. Gleich nach der Absenderadresse liegt das 2-Byte-große Typenfeld. Das Typenfeld gibt an, welchem nächsthöheren Protokoll die Daten als nächstes in der Hierarchie übergeben werden. Im Datenfeld befinden sich mindestens 46 Bytes und höchstens 1500 Bytes. Am Ende des Datenfeldes befindet sich die Prüfsumme. Die Empfängeradresse, die Absenderadresse und das Typenfeld haben eine Gesamtgröße von 18 Bytes. Daraus ergibt sich eine Gesamtgröße eines Ethernet-Version 2-Frames von 1518 Bytes. Die Präambel bzw. das Startzeichen werden dabei nicht mitberechnet. Die Präambel